Und damit willkommen zurück, meine Damen und Herren. Willkommen live in Dortmund von der U, der Jugendmesse. Willkommen zu unserem wunderschönen Laser-Game-Turnier. Wir haben uns inzwischen dem Halbfinale angehört. Und damit so langsam auch in die Preisgeldregion, weil es gibt ja auch ein bisschen was zu gewinnen. Ja, so schlecht ist es gar nicht. Genau, wir haben jetzt auch im Übrigen die Brackets, die wir uns anschauen werden, damit ihr auch wisst, was auf euch zukommt. Und zwar haben wir das Team Bonn Air Delta gegen Laser-Game Dortmund und Bonn Air Alpha gegen Laser-Game Bielefeld. Hier also keine Überraschungen. Hier waren jetzt 15 Punkte. Das heißt, hier wurde zufällig gelost. Und sie werden jetzt kein Best-of-3 tatsächlich, sondern ein verlängertes Spiel gegeneinander spielen. Ja, etwas länger, 8 Minuten jetzt statt der 7 Minuten. Genau. Und das Ganze dann im Best-of-One-Modus. Dafür dann das Grand-Final gibt es dann im Best-of-3-Modus. Und der dritte Platz, der wird natürlich vorher auch noch ausgespielt, denn da gibt es auch noch mal ein bisschen Preisgeld. Ja, ich glaube, das Preisgeld für den ersten Platz sind ganze 150 Euro, dann 80 Euro für den zweiten Platz. Und zu guter Letzt dann der dritte Platz geht mit 50 Euro nach Hause. Darf man natürlich jetzt nicht mit E-Sports-Preisgeld? Nee, aber ich meine, das ist das erste Mal. Und dafür, dass es überhaupt Preisgeld ergibt, finde ich es gar nicht mal so schlecht. Also ich glaube, die meisten hätten hier auch ohne Preisgeld gespielt. Und wir haben ja auch die Mädels gerade von Andrew Griffins dabei gehabt. Die hatten auf jeden Fall auch ihren Spaß und wären auf jeden Fall wieder mit am Start. Sollte das hier nochmal stattfinden. Deswegen hat euer Feedback vielleicht gar nicht mal so unentscheidend tatsächlich. Lasergame Deutschland, dort könnt ihr euch auch informieren auf lasergame.de, solltet ihr jetzt Bock bekommen haben. Und ja, wir selbst jetzt werden natürlich schauen, wie schlagen sich jetzt die Lasergame-Teams gegen die Airsoft-Teams. Ja, fände ich auch gerade ganz interessant, weil im Chat geht es auch gerade so ein bisschen um die Spieler, die so ein bisschen Paintball spielen. Habe ich schon gelesen, dass einer hier zum Beispiel Woodland spielt und durch ganz Deutschland fährt, weil es halt keine richtige Liga gibt, aber die halt schon ein paar Spiele machen wollen mit allen Teams natürlich. und auch ein bisschen andere Landschaften natürlich haben wollen und so. Würde mich interessieren, wie ist es für euch Airsoft-Spieler, für die Paintball-Spieler, was sagt ihr zu Lasergame? Wäre das was für euch? Oder habt ihr es sogar schon mal gespielt? Also postet da ruhig mal euer Feedback in den Chat oder auf Twitter, Facebook. Definitiv. Wir haben jetzt den Twitch-Chat bei uns, glücklicherweise. Heiliger Twitch-Chat. Nein, nicht nur das, sondern wir werden natürlich auch mal schauen. Ich bin wirklich richtig gespannt. Also wir haben wirklich Lasergame-Teams, aber das sind auch sehr viele Allrounder. Wir haben sehr viel überhaupt Spieler, die beides machen. Die zum einen Airsoft spielen, die vielleicht selber Paintball noch spielen, beziehungsweise auch bei, das wurde im Twitch-Chat auch richtig gesagt, einige, die auch Paintball spielen und eben Airsoft. Also es bleibt vielleicht ein bisschen nicht aus, es sind ja auch ähnliche Aufbauten. Ja, und gerade die Taktik lässt sich halt in den meisten Spielen schon ganz gut übertragen. Es gab jetzt nochmal ein kurzes Update von den Turnier-Admins. Und zwar ist Nasti beim Dortmund-Team raus. Die hat sich leider verletzt. Und stattdessen haben wir jetzt den Axel, glaube ich, kommt jetzt dazu. Nasti sich verletzt, das ist natürlich ärgerlich. Aber gut, die Spieler laufen ein. Und wir schalten live, starten durch mit dem ersten Halbfinale. So, und da haben wir jetzt in der rechten Ecke das Lasergame-Team aus Dortmund. Und in der linken Ecke, hier in grün, haben wir das Airsoft-Team aus Bonn. Haben wir das Delta Squad mit vielen guten Spielern. Mit McKay, mit Grinch und mit Frost. Ja, und auf der anderen Seite, die machen sich gerade noch bereit. Aber das sind unsere Veteranen hier von Lasergame Dortmund. Sind, glaube ich, auch gerade noch in ihrer Probephase. Da müssen sie sich noch hinbewegen. Auf jeden Fall, jetzt geht's los. Und bei Ihnen spielt Simmertag, Teddy und Axel. Axel F., ja, keine Ahnung. Mal schauen, vielleicht. Hier steht einiges auf den Spielen. Nasti, wie gesagt, sich verletzt da natürlich gute Besserung. An der Stelle hat er bisher einen guten, starken Turnierstart hingelegt. Jetzt im Bild eben Axel, der sie da ersetzen wird. Lasergame Dortmund natürlich Favorit. So viel ist klar. Die haben das Lasergame im Namen. Aber Bonn Air Delta schlug sich auch sehr gut. Ja, das waren die Ersten, die eigentlich mit den Punkten davongezogen sind in der zweiten Gruppe. Also, ich glaube, die werden hier einen guten Fight ablegen. Aber, trotz allem, Lasergame Dortmund, die marschieren hier voran, drücken wirklich das Feld nieder. Und bis jetzt erst wenige Treffer kassiert. Also, sehr, sehr guter Start hier für Lasergame Dortmund. Da wird direkt wieder die Batistrano hochgeklettert und fällt da fast runter. Mein Gott. Ja, hier wirklich so ein Spiel der Klettermaxer auch. Da ist der Erste schon raus, tatsächlich. Und bisher legt Lasergame Dortmund auf jeden Fall eine gute Führung hin. Muss hier jetzt nochmal nachladen. Aber kriegt hier auch gut ins Gesicht. So, jetzt von links. Da bauen sie sich auf. Und da ist er raus. Tatsächlich von links rausgesniped. Ja, das nutzt natürlich Lasergame Dortmund sofort. Schließt da auf. Geht direkt näher ran. Nächste Balustrade wird hier eingenommen. Von zwei Seiten wird hier angegangen. Und da wird der nächste Spieler von Delta rausgenommen. Mann, jetzt stehen sie hier schon wieder direkt vor der Base. Ja, also da zeigen sie sich jetzt. Sie haben ja gerade den Mund ein bisschen vollgenommen zu Beginn. Und haben gesagt, ja, die hauen wir alle easy weg. Die können zwar Airsoft spielen, aber von Lasergame haben sie keine Ahnung. Und es scheint sich zu bewahrheiten. Obwohl natürlich das Airsoft Team Delta bisher auch absolut dominiert war. Sie haben alle fünf Sieger. Eine Niederlage jeweils gegen den anderen Rivalen. Aber noch ist hier halt nichts verloren. Also sie können halt das Spiel schön wieder umdrehen. Es sieht zwar jetzt gerade sehr eindeutig aus, weil eben Bonn Air Delta so weit zurückgetrieben wurde. Aber sie müssen halt jetzt einfach mal als koordinierten Schlag nochmal vorgehen und zu dritt vorpreschen. Und genau das planen sie ja auch. McKay, der sitzt da schon im Sprint. Ja, die Frage ist natürlich, hat man wieder den Twix Power-Riegel dabei? Ich habe ihn diesmal nicht gespottet. Ja, das könnte natürlich der Grund sein. Ein Spieler ist jetzt rausgenommen hier gerade von Lasergame Dortmund. Ist das jetzt die Chance, um vorzupreschen? Ja, da wird natürlich hektisch geschaut und jetzt auch koordiniert. Versucht sich darüber zu arbeiten. Jetzt sehen wir hier Simatek. Oh, kriegt einige Treffer ab hier. Auf der linken Seite ist gerade Delta ein bisschen aufgerückt. Aber Dortmund jetzt wieder in voller Montur. Haben jetzt wieder alle drei Spieler vorne. Simatek ein bisschen überfordert. Der steht halt sehr mittig. Da musst du von beiden Seiten aufpassen. Trotz allem, sie konnten gerade zwei Spieler von Delta rausnehmen. Können jetzt weiter aufschließen. Jetzt wieder die vorderste, das vorderste Cover eingenommen. Ja, so, hinter das Banner. Im Übrigen eine sehr schöne Deckung in meinen Augen. Du hast hier gute Möglichkeiten zum Klettern. Und da, McKay, kriegt die volle Breitseite von rechts. Zu weit nach vorne, zu weit nach vorne. Jetzt muss er gucken. Von links jetzt und auch von rechts von beiden Seiten. Und da ist er wieder raus. Hat er, glaube ich, in der Mitte nicht gesehen. Den Tombstone, der war eingenommen von Dortmund. Und damit wieder das komplette Team raus. Sie können jetzt noch mal koordiniert zu dritt vorgehen. Ah, guck dir das an. Läuft aus dem Spawn raus. Wird direkt wieder angegangen. Das ist halt auch eine schwierige Position. Das geht nur zu zweit. Da kommt der Slide auf den Knien. Ja, also das haben sie so ein bisschen natürlich von den Airsoft-Spielen ein bisschen besser drauf mit diesen Slides. Aber im Laser Game ist das nicht zwangsläufig nötig. Da ist es wichtig, gut zu treffen. Und ja, das machen sie hier ganz gut. Man sieht auch so ein bisschen die Technik ganz interessant. Ja, diese Handhaltung. Das ist ja schon ganz schön verrückt, wie er das macht. Also sehr viel Bewegung kommt da mehr aus dem Oberkörper. Vorteil natürlich von Laser Game ist, dass man hier... Boah, zwei Spieler rausgenommen. Wieder bei Glitter. Richtig gut. Aber da rutscht er. Das ist schon fast so ein bisschen dieses... Resignation. Ja, Resignationsrutschen würde ich das nennen. Ja, das ist ganz recht. Axel jetzt ganz scharf mit seinem Auge. Die Sache ist natürlich, also Laser Game hat klar den Vorteil, dass man keine reale Position hat. Sie ziehen sich nochmal zurück. Ganz, ganz fair. Versuchen jetzt hier den Spawn nicht weiter zu campen. Sie wollen natürlich auch ein schönes Spiel daraus machen. Trotz allem, es ist nur ein Best-of-One. Das heißt, hier in diesem Halbfinale geht es wirklich um alles. Es geht hier ums Weiterkommen, um es ins Finale einzuziehen. Das Spiel ist länger und vielleicht haben die Airsoft-Spieler ja auch den längeren Atem, weil sie ja häufiger auch Outdoor spielen. Das geht in Laser Game im Übrigen auch. Und da weiß er gar nicht, wo wird er getroffen, kriegt er das akustische Signal. Der Helm blinkt und da muss man erst mal gucken, wo kommt die Schadensquelle her. Da vorne steht er. Ganz offensiv auf weiter Flur. Das ist ja natürlich leichtes Ziel, wenn wir da schon. Aber schöne Treffer. Ja, McKay, aber raus ist er wieder. Ja, hat noch gar nicht mitgeschneidt, dass er im Respawn schon wieder ist. Da kommt der Slide. Gute Deckung gefunden. Ja, also sie schlagen sich natürlich gut. Aber Laser Game Dortmund sind nun die absoluten Turnierfavoriten auch. Ja, das hat sich glaube ich inzwischen schon ganz deutlich herauskristallisiert. Vorhin Bonn Air Delta noch der Platzhirsch. Und jetzt werden sie doch hier in die Schranken verwiesen von Dortmund. Oh, da geht er direkt das Duell ein, Willis. Und hat natürlich keine Chance, wird da gedoppelt. Wieder rausgenommen. Simant hat noch mal einige Treffer abgekriegt. Einer bei Dortmund ist jetzt auch rausgefallen. Das erstaunt mich gerade. Er hat ja eigentlich gerade auf den Spieler von Bonn Air geschossen. Oh, da wird jetzt von oben nach unten einmal runtergehüpft. Da sehen wir ihn jetzt nochmal wirklich mit komplett vollem Einsatz. Der Nachteil natürlich hier, man sieht immer die Beine und man sieht es hier wackeln. Vielleicht ein bisschen die Frust jetzt. Ja, wird da vielleicht auch ein bisschen unvorsichtig langsam. Sie müssen halt die linke Seite wieder frei machen. Da ist er auf seinen Teamkameraden angewiesen. Und da ist er auch raus. Es war klar. Ihm hat halt einfach das Rückenfeuer gefehlt hier. Ja, also man hat natürlich unendlich Leben in diesem Modus. Man kann das natürlich alles einstellen. Man kann Bomb defuse, man kann ein Leben einstellen. Alles geht. Hier haben sie unendlich. Hier geht es wirklich nach Zeit. Hier geht es nach Punkten, die man bekommt, wenn man den Gegner trifft. Viele Treffer kassiert er hier. Und da ist er auch schon wieder raus. Das ist halt das Problem. Wenn du einfach nur ohne Deckung hin und her rutschst, dann bist du ganz schnell mal deine 20 Lebenspunkte los. Und genau so ist es jetzt hier passiert. Bonner-Detter wieder runter reduziert auf zwei Spieler. Es gibt Dortmund natürlich eine Chance hier wieder das Feld aufzurollen und nach weiter vorne zu preschen. Ja, man sieht, schau mal, wie sich das zu zweit aufbauen. Ja, einer rechts, einer links. Man muss natürlich im Idealfall immer über Kreuz feuern. Das ist am einfachsten. McKay jetzt wieder rausgenommen. Einfach, weil man so das beste Schussfeld hat, wenn man es über Kreuz machen kann. Also ein linker Spieler spielt nach rechts und umgekehrt. Dann hat man diesen einen zentralen Spieler, der überall aushelfen kann. Oder eben schnell nach vorne pritschen. Oder je nach Situation von hinten die Deckung. Das muss man anpassen. Das waren auf jeden Fall so die Strategien, die sich bisher herausgestellt haben. Ja, mich wundert es ein bisschen, dass hier Bonner-Detter noch nicht so richtig mitgekriegt hat, dass halt diese Doritos kein wirklich gutes Cover sind im Laser Game. Das ist eher so ein temporäres Cover, was du mal kurz nutzen kannst. Aber eigentlich eher, um dich in die schönen Cover-Positionen zu bringen. Ja, McKay auch wieder resigniert hier gerade zurück zum Start. Muss auch wieder im Respawn das Ganze nochmal neu aufrollen. Ja, also das Delta-Team jetzt immer weiter in die Diefen. Das ist das Halbfinale. Und hier in Ausscheiden hieße immerhin zwar noch die Chance auf 50 Euro im Spielblumen, Platz 3. Nichtsdestotrotz, man will natürlich mehr, wenn man schon so weit gekommen ist. Aber, naja, es ist nicht so deutlich, ja, wie es... Wobei, doch, das ist schon eine deutliche Sache, was Laser Game Dortmund hier abzieht. Ja, irgendwann, ich meine, wenn du halt dann dreimal hintereinander am Start rausgenommen wirst, irgendwann ist die Frustration einfach immens. Jetzt haben wir die letzten Sekunden quasi. Axel Stieter hat sich als guter Ersatz für die Nasti herausgestellt, die sich ja verletzt hatte. Und das ist Game GG. Und Dortmund holt das Ganze, zieht hier als erstes Team ins Finale ein. Hat damit die Chance auf 150 Euro. Der Top-Favorit ist weiter. Schale natürlich für das Airsoft-Team aus Bonn. Aber große Freude für unsere lokalen Fans natürlich. Und ich glaube, die Tränen sind auch nicht ganz so groß bei Delta. Denn sie haben ja noch die Chance, mit ihrem zweiten Team hier weiterzukommen. Mit dem Bonn Air Alpha-Team. Das jetzt als nächstes antreten muss. Natürlich dann auch gegen das Laser Game Team aus Bielefeld. Genau, also Laser Game Bielefeld wieder gegen den Airsoft-Team. Das ist ja dieser direkte Kampf. Was habe ich dir am Anfang gesagt, was hier kommen wird? Ja gut, jeder, der das gesehen hat, hat sich das halt so gedacht. Es war zu erwarten, ja. Es war zu erwarten. Taktik zahlt sich halt doch aus und diese langjährige Erfahrung. Genau, wir zeigen euch gleich auch noch die Statistiken zum Spiel, die wir natürlich eingefangen haben. Und man muss sagen, es war auf jeden Fall ein starkes Spiel, was wir da von beiden Teams gesehen haben. Also ich meine, auch Delta sind ja sehr überragend aus der Gruppe raus, mit fünf Siegen jeweils. Auch das andere Team, das Airsoft-Team. Und da bin ich mal gespannt. Ich meine, sie haben ja alle gleich viele Spiele gewonnen. Also wer wird am Ende das Ding holen? Tja, das ist halt die Sache. Ich meine, du hast halt auch beide Lasergame-Teams in einer Gruppe gehabt, beide Teams von den Airsoft-Spielern und dementsprechend noch nicht so wirklich aufeinander getroffen, außer halt in dem Showmatch. Aber gut, das ist halt nochmal was ganz anderes. Das waren andere Spielmodi. Und jetzt haben wir hier das zweite Aufeinandertreffen. Und ich hoffe doch, dass sich da dann vielleicht die Airsoft-Spieler aus Bonn das Ganze für sich entscheiden können. Dann hätten wir nämlich nochmal ein ganz anderes Finale und nicht unbedingt Lasergame gegen Lasergame. Aber ich meine, beides wäre hochkalibrig. Ja, wir haben auch nur ein Spiel und Platz drei. So ist es ja nicht. Als nächstes eben, wie gesagt, das Alpha-Team gegen Bielefeld. Ich als alter Ostwestfale musste eigentlich schon fast, aber nein, das beste Team möchte gewinnen. Also das Gemeinde ist natürlich, ich komme aus Bielefeld und ich bin Dortmund-Fan und komme aus Ostwestfalen. Aber ja, man muss sagen, die Bonner auf jeden Fall auch coole Leute. Wir haben sie ja getroffen oder beziehungsweise wir haben ja in der Pause immer die Zeit mit den Teams, die was zu quatschen. Und die haben auf jeden Fall auch ihren Spaß. Also ich glaube, es geht hier gar nicht mal wirklich ums Preisgeld, sondern eigentlich gehst du mehr um den Spaß. Genau so ist es. Und ich glaube, Spaß haben hier auf jeden Fall alle. Also sei es die Teams, sei es die Zuschauer. Selbst die Orgas haben hier vorhin ein bisschen rumgewitzt, obwohl sie natürlich unter Strom standen. Also wirklich großer Spaß. Und ich sehe hier gerade, da gibt es einen Shoutout von Airsoft Greenshark an Bonner. Die wünschen ihnen viel Glück jetzt hier von Jakob mit 6 mal der 1. Na ja, man muss sagen, der Vorteil natürlich beim Laser-Game ist, man hat keine Projektile. Das heißt, es gibt keine Altersbeschränkung für Laser-Game. Das kann man schon als kleiner Dreads quasi spielen, wenn man Bock hat, weil, wie gesagt, keine Projektile verschossen werden. Das macht das Ganze auch sehr, sehr sicher, weil es infrarot ist, ist jetzt, wie im Gegensatz der Name vermuten würde, mit dem Laser auch keine Gefahr groß für die Augen. Es ist trotzdem möglich, 360 Grad zu treffen. Man kann es überall spielen. Sogar draußen hat eine ganz passable Reichweite, also bis zu einem Kilometer. Passabel, das ist immens. Aber bei guten Bedingungen, muss man dazu sagen. Aber selbst so draußen, das macht richtig viel Laune. Wir haben ein schönes Feld in Leipzig auch gebaut. Genau, dieses Live-Monitoring. Man kann natürlich easy die Waffen umstellen. Also man kann es im System umstellen, im Sniper-Modus. Man kann eine AK einstellen, man kann eine Pistole. Also verschiedenste Waffen. Die Jungs programmieren das ja alle selber und bauen die Waffen hier auch selber. Plus, ja, King of the Hill, Bomb-Diffusal. All das ist eben möglich, weil es elektronisch ist. Jetzt mit der Live-Screen sind, wie gesagt, heute nicht ganz so gut. Das hatten wir zwar vorher getestet, da hat es gut gelaufen. Aber jetzt, wo die Halle voll ist und alle mit ihren Headies rumlaufen. Diese Kleinigkeiten, die dann immer dazukommen. Nichtsdestotrotz, ich meine, wenn ihr das dann spielt, da funktioniert alles. Da gibt es danach eine ordentliche Auswertung. Alles ist wunderbar. Und ich meine, hier immerhin können wir es halt fürs Turnier auch ordentlich auswerten. Nur nicht live einblenden. Aber das soll jetzt nicht uns groß zurückhalten. Das sind trotzdem phänomenale Spiele. Ja, und es gab vorhin so ein bisschen Feedback, was ihr dazu sagt. Und da kamen zum Beispiel, ach, mir sind doch meine Pains doch lieber, wenn die mir um die Ohren fliegen. Das sorgt einfach für mehr Adrenalin. Ja, aber es ist halt alles Vor- und Nachteile. Ja klar, also ich meine, nachher hast du keine blauen Flecken. Und das Adrenalin kommt halt in jedem Fall. Weil es kommt einfach durch das Rumrennen, durch die taktischen Ansagen, durch die Action einfach. Ich muss sagen, ich habe auch beides schon gespielt. Airsoft tatsächlich noch nicht, aber Paintball und Laser Game habe ich beide schon gespielt. Ich muss sagen, es hat beides eben auch seine Reize. Vorteil natürlich bei Laser Game ist, du brauchst jetzt keine Klamotten da im Sinne von, dass die da schmutzig werden können. Oder ich meine, gerade wenn man mal auf dem Paintball-Feld war, auf so einer Halle, die dann auch oft bespielt wird, da liegen über die Kugeln. Ja, also du musst da richtig, richtig geranzig Klamotten anziehen. Und ich finde, es zackt auch ganz schön. Also gerade, wir haben dann irgendwann so die Regeln ausgemacht, nicht aus nächster Nähe schießen. Das sagt einfach, ich habe dich jetzt getroffen. Weil das zackt halt, wenn du irgendwie so drei Meter dran stehst. Richtig, das hat man hier eben nicht. Und hier hat man jetzt schon mal die Todesmaske aufgesetzt. Die Airsoft-Teams sind natürlich alle mit Sonnenbrille, weil sie es so gewohnt sind. Die müssen es ja machen mit der Schutzbrille. Bei ihrem eigentlichen Spiel, im Laser Game, wäre es gesagt nicht notwendig. Ist das eigentlich die Maske aus Ghost? Call of Duty Ghost? Ich glaube, da hat er auch so eine Maske auf dem Cover. Das kann gut sein. Das sieht schon so ein bisschen gefährlich aus. Ja, also man kann, wie gesagt, Laser Game auch draußen spielen. Das geht ohne weiteres inzwischen nicht mehr so anfällig wie früher noch mit dem Sonnenlicht. Also man kann es auch im Wald spielen. Ist eine coole Sache. Da haben die auf lasergame.de auch ein paar tolle Videos zu. Wir haben es jetzt gerade gesehen, das Team Alpha spielt gegen Laser Game Belefeld, gegen die Ostwestfalen. Also es gibt ja auch in Deutschland sowohl Indoor-Hallen, was jetzt im Winter ganz cool ist, als auch die Möglichkeit, Outdoor zu spielen. Im Herbst, glaube ich, noch eine coole Sache, wenn es dann matschig ist. Du hast ja auch gesagt, die Waffen halten einiges aus. Ja, klar. Also das machen die schon alles mit. Das ist dann eher dein Körper, der aufgibt. Also du bist dann halt in dem Spiel gut dabei, bist richtig aufgeheizt. Danach wird es dann halt doch ein bisschen frischer. Und da ziehst du halt ein bisschen mehr an. Und die Waffen sind ja auch noch aus Metall. Das heißt, die werden auch schön kalt. Also das ist dann schon eine Herausforderung an den Körper, wenn du so spielst. Genau. Also es gibt natürlich auch verschiedene Systeme. In diesem System gibt es jetzt in Anführungsstrichen nur das Stirnband, aber auch 360 Grad Treffermöglichkeit. So, und ich würde sagen, da legen wir doch mal los. Wir sehen also in der linken Ecke das Lasergame-Team Bielefeld mit Markus, a.k.a. Otec, mit Marcel, a.k.a. Marcy und mit Private Paula. Ja, und da ist auch schon der Startschuss gefallen auf der rechten Seite. Da haben wir Bon Air Team Alpha mit Stealth, mit O'Neal und mit Age. Und die preschen ja auch direkt in die Mitte vor, bringen sich da eine gute Position aber. Ja, wir sehen schon, Lasergame-Bielefeld, die gehen auch direkt nach vorne. Haben da schon einen Spieler in eine sehr vorgeschrittene Position gebracht. Und Alpha hält dagegen von hinten und da muss er sich weiter zurückziehen. Das war einfach zu weit vorn. Ohne die Rückendeckung von seinen Kameraden wird es einfach nichts. Ja, also hier jetzt sehen wir da den Otec im Deutschland-Trikot. Also haben wir verzichtet auf einheitliche Teamkleidung. Da müssen wir natürlich mal schauen. Das Lasergame-Bielefeld-Team ist halt daran zu erkennen, dass sie eben keine einheitliche Kleidung haben. Ganz im Gegensatz zu Bon Air Alpha. Alle mit ihren Uniformen, natürlich so ein Stück weit Show. Aber auch da sehen wir jetzt gerade momentan, dass sie etwas das Schlachtfeld dominieren. Also sie haben auf jeden Fall schon die bessere Position. Ja, Bielefeld steht schon sehr, sehr tief. Haltet aber immer wieder einen Spieler, der von weiter hinten dann das Feld aufmischen kann. Immer mal wieder Rückendeckung geben kann. Das kann man ganz gut sehen aus dem Winkel. Wie das umgedrehte V, also halt eine Speerspitze. Und genau so spielen sie es halt durch. Und das haben wir bei anderen Teams schon gesehen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, das ist sowieso gut, weil diese Spitze. Sie kann hinten defensiv fungieren und hinten absichern. Kann aber auch dann einfach nach vorne rennen. Und entweder eine Linie rausmachen. Das so nach dem Motto, hier kommt keiner vorbei. Oder natürlich dann, wie du schon gesagt hast, die Speerspitze bilden. Und man sieht, in dem Fall mit der Speerspitze kriegt man jetzt gerade einen nach dem anderen raus. Ja, ich glaube, jetzt sind sie gerade drei gegen eins. Und jetzt laufen sie hinten in den Spawn rein, geben da volles Dauerfeuer drauf. Das macht natürlich dann wieder auch Möglichkeiten für Alpha auf. Also so dominiert worden ist Alpha bisher noch nicht in diesem Turnier. Und man sieht das, wie sie da zurücklaufen. Das ist eine neue Situation. Versuchen sich da jetzt so ein bisschen zusammen. Genau, eine neue Situation. Damit müssen sie ja auch erstmal klarkommen. Denn das Lasergame-Team aus Bielefeld, das hat natürlich schon einige Stunden hinter sich. Und die spielen eben auch Paintball zum Teil. Also wenn ich mir das so anschaue, ist der Otex sogar auch Betriebsleiter der Paintball-Arena in Bielefeld. Und der Marci halt Profi. Ich finde, das sieht man auch. Also wie er halt in die Deckung kriegt und so weiter. Und der Private Paula ist Soldat. Also ich meine, da haben sie sich natürlich genau das Richtige ausgesucht. Bonair-Team. Also es sind halt alles Airsoft-Spieler. Zum Teil einen, der noch eine Ausbildung sucht. Und zwar der O'Neill. Also falls jemand Lust hat, an dem O'Neill da eine Ausbildung zu verschaffen. Aber ansonsten ja, Labortechniker, Fachinformatiker, alles mit dabei. Und die haben alle ein bisschen Lasergame-Erfahrung. Hat so ein-, zweimal gespielt. Aber jetzt die Tageserfahrung, ich finde, das sieht man schon. Und halt dieses ganze Zusammenspiel natürlich. Airsoft-Spiel. Die Taktik, die lässt sich gut übertragen. Das ist halt dieses Speerspitze oder das umgedrehte V, was du halt da spielst. Und trotz allem sind sie jetzt halt tief in die Basis zurückgedrückt worden. Also Laser-Game-Bielefeld spielt halt ihre Erfahrung hier auch aus. Marci auf der linken Flanke tief eingebuddelt. Und guck mal, wie er da angehen kann. Da kann er direkt auf die Gerade gehen und kann aber auch ins Kreuzfeuer geben. Und da macht er es auch wieder. Schön gerade gibt er das Feuer auf Alpha. Jetzt kommt der Stellungswechsel. Schön reingerutscht. Ja, also auch da sieht man natürlich Laser-Game-Bielefeld am Sliden. Also das machen sie, obwohl sie diese Schutzkleidung zum Beispiel wie Bon Air Alpha so nicht haben. Natürlich kann man das Ganze auch mit Protektoren spielen. Das würde sich vielleicht sogar mal anbieten. Wir hatten ja teilweise schon die Leute, die sich da an die Knie gepackt haben. Aber man muss sagen, es ist trotzdem nicht ganz so dominant, wie man jetzt denken würde. Also man muss sagen, Bon Air ist gut zurückgekommen. Tut gut natürlich daran, dass sie hier defensiv stehen. Aber da ist schon wieder der Nächste raus. Ja, sie werden immer wieder zurückgedrückt. Und das ist halt das Problem. Sobald du halt einen verlierst, wenn du in der Linie stehst, dann fällt es in sich zusammen. Da hast du halt nicht von hinten diesen Rückstoß, der halt irgendwie dir immer mal wieder die Freiheiten verschafft, um wieder vorzudrücken ins Feld. Ja, so und jetzt muss natürlich er selbst zurück, der Marcy, weite Wege laufen. Und das eröffnet natürlich die Möglichkeit. Aber Ottek wechselt einfach mal die Stellung. Vielleicht ist da mehr drin. Sie jagen sie natürlich jetzt so ein bisschen. Borneo Alpha. Wo ist der Gegner? Vier Minuten noch zu spielen. Ja, sie haben jetzt wieder ein bisschen zurückgedrückt. Jetzt sind wir auf der rechten Flanke noch Laser Game Bielefeld vertreten. Da hält er einfach mehr oder weniger blind rein. Sieht es ein, okay, ich bin hier alleine vorne. Muss jetzt auch wieder zurückkommen. Oh, da kommt der Face-Check und er nimmt ihn raus. Gut gemacht, gut gemacht hier vom Borneo Team Alpha. So kann man es natürlich machen. Jetzt nochmal langsam schauen, sich weiter da. Jetzt kommt der methodische Spielaufbau. Genau, und jetzt haben wir es. Endlich, vielleicht können sie es jetzt umdrehen. Man muss aber aufpassen. Also man muss sich eben Deckung geben. Man muss dieses überkreuzte Zielen eben machen. Das heißt, ein bisschen anders als sie es jetzt machen. Auf der rechten Flanke kommt jetzt hier gerade Laser Game Bielefeld durch. Versucht es nochmal oben über der Deckung. Er wird direkt angegangen. Oh, da geht es. Da muss er aufpassen. Man sieht ihn ständig da unten. Kriegt hier gut eins auf die Rübel. Noch ist er nicht niedergefrackt worden. Ja, er versucht jetzt hier die rechte Seite irgendwie anzugehen. Aber kriegt keinen ordentlichen Winkel hin. Also sie haben jetzt gerade ihre Position ganz schön verloren. Er zeigt hier an. Da bekommt er den Schussfeld. Da kommt er rein. Jetzt ist hier einer gefallen bei Alpha. Das ist die Chance, weiter vorzurücken. Das macht er auch direkt zu den Gravestones. Hat aber auch nicht mehr viele Lebenspunkte. Also Otec muss aufpassen. Ja, noch ein paar wenige Treffer noch. Dann ist er selber raus. Und jetzt über die linke Seite. Versuchen sie da wieder hingesleidet zu kommen. Rutscht da wirklich weit. Und wieder rausgenommen. Mein Gott. Das ist halt die Gefahr in diesen Aktionen. Es sieht schön aus. Aber wenn du so lange im Offenen liegst, dann hast du halt natürlich auch viel, viel Exposure. Da brauchst du natürlich nicht viel. Also Laser Game ist definitiv ein schnelles Spiel. Das sehen wir auch hier. Wenn du einmal frei liegst, dann kommen die Gegner, triggern halt extrem schnell und nehmen dich auch raus. Also da muss man gucken, dass man diese Zeit wirklich weiter minimieren kann. Ja, das ist ganz methodisch, wie sie es jetzt machen. Versuchen nochmal von vorne ein bisschen näher ranzukommen. Aber irgendwie steht so die Enttäuschung in die Gesichter der Bonner Mannschaft gestehen. Also das sieht immer mehr hier nach einer Dominanz von Bielefeld aus. Ja, also Bielefeld kann sich da auch weiter... Und der Face-Check nimmt ihn raus, aber wird im Gegenzug dann auch rausgeschmissen. Nee, er lebt noch. Wow. Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Schießt nicht. Ja, selber nochmal den Kopf weggezogen. Gut gemacht. An der Stelle. Schaut sich da um. Es ist natürlich... Man muss auch immer den Gegner ausfindig machen. Wenn man das erstmal hat, das ist die halbe Miete, dann weiß man, wo man direkt hinschießen kann. So, rausgenommen jetzt auch. Also das Teamwork auf jeden Fall sehr gut. Und vor allem von einer richtig deutlichen Niederlage kann man so jetzt nicht unbedingt sprechen. Nee, auf keinen Fall. Also ich meine, sie haben ja immer mal wieder Punkte noch rausgeholt. Konnten auch mal ein, zwei Mal richtig schön ausbrechen aus ihrer Spielhälfte. Aber der Spielaufbau, der wird halt immer wieder gestört. Das macht halt Laser Game Bielefeld ganz methodisch. Nimmt einzelne Spieler immer wieder raus. Und dadurch wird halt der Aufbau wieder zurückgetrieben. Und so ist auch hier noch 40, 45 Sekunden zu spielen. Ja, also... Sie kriegen es einfach nicht hin, einfach weiter nach vorne zu kommen. Vollkommen richtig. Also sie müssen gucken, dass sie da rauskommen vielleicht. Und dass sie da hinter das Gebüsch vielleicht, da kann man eben durchschießen. Das ist der Punkt. Ja, probiert es hier nochmal. Aber ich meine, Bielefeld weiß auch, sie müssen es jetzt auch nicht übertreiben. Sie haben auf jeden Fall den Punktevorteil. Und jetzt auf der rechten Flanke versucht sich nochmal einer rein zu preschen. Links haben sie die Kontrolle und wieder der Wechsel in die Mitte. Er muss sich wieder zurückziehen. Rutscht dann nochmal in die Stellung. Kassiert einige Treffer, aber dafür eine schöne Position ist hier erreicht. Dieser Tombstone, also der gefällt mir echt am besten, muss ich sagen. Schöne Position. Definitiv. Also es ist immer wieder schön, sich dann... Und das ist Game! ...von dort zu positionieren. Genau, und das war's. Das ist, so wie es aussieht, jetzt nach Punkten der Sieg für das Team aus Laser Game Bielefeld. Das heißt, wir haben das Laser Game Finale und das kleine Finale der Airsoft Teams. Das heißt, im Prinzip die Schwester Teams gegeneinander. Oder sollte man sagen Bro Teams? Die Bros. Bro Tees. Die Bro Tees. Bro Tees. Bro Tees. Auf jeden Fall gut gespielt. Man muss sagen, die Airsoft Teams haben hier stark mitgehalten mit den Laser Game Teams, aber man merkt auch einfach so ein Stück weit, dass die da mehr Erfahrungen haben, eingespielter sind, sich mit den Waffen da einfach besser auskennen, vielleicht vom Aiming die Strategien. Es macht einfach eine Menge aus. Aber Team Absprache von den Airsoft Teams es war einfach sehr, sehr gut. Wir haben jetzt tatsächlich nochmal eine kleine Änderung und zwar das kleine Finale ein Best of Three und das Finale ein Best of Five. Ja, weil es den Spielen halt einfach so gut gefällt. Finde ich eine feine Sache. So haben wir auch noch ein bisschen länger Spaß. Ihr könnt es auf dem Stream noch ein bisschen länger genießen. Richtig. Da sind einige Airsoft Fans angekommen, einige Paintball Fans, vielleicht auch ein paar Leute, die schon Laser Game gespielt haben. Genau, wir haben jetzt beide Halbfinalspiele durch. Das heißt, wir haben noch ein Best of Three und ein Best of Five für euch. Wir live aus Dortmund auf der U können natürlich auch die Leute vor Ort spielen und man merkt, da ist auch ständig eine Schlange da. Also ständig wollen die Leute das Spiel hier ausprobieren und ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, warum. Weil es macht halt sau viel Spaß eben auch den Teams. Das ist großartig. Ich sage nicht, räumen wir das Preisgeld ab 150 Euro. Kann man auch gut feiern, aber es gibt ja ohnehin nochmal eine Aftershow-Party später. Ja, und da wird dann auch richtig gefeiert. Und da solltet ihr auch hinkommen, es dröhnt gerade schon richtig. Also ich fühle den Bass schon. Vielleicht die DJs von Techno Forever, die ja heute auch schon dabei waren. Ja, also auf dem Spielfeld konnten sie nicht ganz stipulieren, aber ich muss sagen, so das, was jetzt gerade aus den Boxen dröhnt, das gefällt mir doch sehr gut. Da merkt man das auf jeden Fall. Gibt es erstmal ein kleines Interview mit Bielefeld, Ostwestfalen. Die Stadt, die es ja angeblich nicht gibt. Ich weiß es. Du warst schon da. Ich war schon da. Ich habe dort studiert, in Bielefeld. Uni ist nicht die schönste, aber eine sehr funktionale. Und zwar, wenn ich das richtig sehe, holen wir den Ortec mit dazu. Rutsch doch mal, mein Lieber. Ja, Ortec, dienstältester im Team vom Laser Game Bielefeld. Genau. Und trotzdem mit viel Einsatz unterwegs hier. Richtig. So, hallo Ortec. Hallo Oben. So, wir haben ja hier jetzt jemanden, der sich in der Szene sehr gut auskennt. Laser Game vielleicht weniger, aber du bist ja Paintball-Betreiber, richtig? Äh, Betriebsleiter in der Paintball-Arena, genau. Genau. Ja, Laser Game spiele ich jetzt selber auch seit zwei Jahren. Ist ein schönes Format. Wie man sieht, mit so einem Wettkampf. Ist für uns auch das erste Mal in der Form. Und freuen uns jetzt, im Finale zu stehen. Das heißt, du bist jetzt Laser Game und Paintball und alles, hauptsache viel Bewegung. Aus Bielefeld, genau. Ihr habt auch eine Halle mit Laser Game dann, oder? Wir haben Outdoor Laser Game, wir haben Indoor und Outdoor Paintball und wird auf jeden Fall gut angenommen. Und wie gesagt, es gibt ja auch die anderen Standorte, Stuttgart, Köln, Leipzig, sind ja alle vertreten irgendwo. Erstmal Glückwunsch natürlich auch für den Finaleinzug. Bis hier, das glaubst du, ihr habt ja jetzt unentschieden quasi die 1 zu 1. Haut ihr die Dortmunder weg, oder? Ja, wir haben ja gegen Dortmund einmal gewonnen, einmal verloren in der Vorrunde. Es sind sehr harte Gegner. Also, dass wir hier vorhin gewonnen haben, hat uns sehr gefreut. Zeigt, dass sie zu knacken sind. Sie fahren sehr gute Taktiken. Lassen wir uns überraschen, ob es für das Finale reicht. Gib mal einen Tipp ab. Das ist ja ein Best of War. Ja, die haben noch eine offene Rechnung. Das letzte Turnier haben sie verloren. 3-0. Also denke ich mal, sie werden alles dran setzen, aber wir werden nicht kampflos aufgeben. 3-0, oder was sagst du? Ich glaube, es wird Best of Three gespielt. Das heißt, wer zuerst zwei Punkte hat. Ach so. Also ich muss ganz klar sagen, das gewinnen wir 2-0. Alles andere zu sagen, wäre Quatsch vor dem Finale. Na, vollkommen richtig. Habt ihr jetzt irgendwas noch im Kopf, was ihr euch so überlegen wollt, ob ihr vielleicht die Taktik nochmal ändern wollt? Wir haben ja jetzt gesehen, es gab immer so ein bisschen das Wechsel, die V-Formation und halt eben, wie tief man reingeht auch, weil sie ganz nah vorne stehen, haben wir festgestellt. Auf den Gegnern, natürlich gegen Dortmund können wir nicht auf den ihrer Grundlinie stehen. Das wird absolut nicht funktionieren. Da werden die uns sofort deaktivieren dann nächstes Mal und wieder nach Hause schicken zur Base. Also das müssen wir schon mit einer anderen Taktik fahren. Aber diese V-Taktik hat sich ja eigentlich als sehr gut herausgestellt. Wusste ich gar nicht, dass wir eine V-Taktik spielen, aber wenn ihr das so seht, finde ich gut. Teilweise, ihr nutzt ja alles mögliche. Also was wir größtenteils machen, um es so zu verraten, wir versuchen, derjenige, der rechts spielt, schießt nach links, der macht überkreuztes Felsen, dass da keiner durchkommen kann. Genau, das haben wir auf jeden Fall gesehen, dass er da überkreuzt. Überkreuzt zu machen, und das funktioniert beim Laser gerade auch. Ja, nein, überkreuzt meinten wir vielmehr, einer steht links, einer rechts und der in der Mitte. Der kann ein bisschen agieren, genau. Zu den anderen. Der kann einen unterstützen, der in Not gerät oder so. Genau. Jetzt natürlich eine Frage, Laser Game Bielefeld, behaupten ja viele, die Stadt gäbe es gar nicht. Ich weiß es besser, ich bin ja auch als ein alter Ostwestfale, komm aus Güters so. Genau. Was erzählst du denn den Jungs, die jetzt behaupten, Bielefeld gäbe es nicht? Das ist eine schöne Stadt. Sollen vorbeikommen, gibt es auf jeden Fall. Aber das Gerücht macht uns auch bekannter. Wo genau seid ihr denn da? Wie bitte? Wo genau in Bielefeld seid ihr? In Helegossen, also bei der Autobahnabfahrt Zentrum. Das ist ja praktisch. Das heißt, ihr kommt aus der Umgebung, kommt vorbei, ist direkt Autobahn nah. Sehr gut. Also das heißt, von euch werden wir jetzt ein 2-0 sehen. Du hast ja das Turnier so ein bisschen verfolgt. Sowas gab es aber so wirklich noch nicht. Übertragen im Internet und überhaupt so ein Turnier. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das so mal gemacht wird, umgesetzt wird. Das macht richtig Laune. Und jetzt wollen wir halt sehen, wer der Bessere ist. Jetzt wollte er sehen. Wir sind natürlich auch gespannt. Ja, da sind wir auch sehr gespannt auf. Was macht ihr mit dem Preisgeld? Wird es direkt wieder in die Anlage gesteckt, wenn ihr jetzt hier den ersten holen solltet? Oder geht es in Tricheld? Ein bisschen in den Autotank und den Rest tanken wir dann. Gut, ja, also spannend, denke ich, wird es weiterhin werden. Und vielleicht noch so zum Abschluss, du hast ja das komplette Turnier verfolgt, gibt es ein Team, was dich besonders überrascht hat oder so, wo du gedacht hast, wow, die spielen dafür saugut, dass sie es am ersten Mal spielen? Mein Team. Dein Team. Mein Team. Der eine spielt zum zweiten Mal oder dritte Mal und der andere mal ein bisschen just for fun. Aber er ist ja, ich sage mal, Paintballer durch und durch und deswegen kann es umsetzen. Vielleicht nochmal ganz kurz skizziert so die Unterschiede jetzt zwischen Laser Game und Paintball in der Strategie, im Verhalten, in der Taktik? Ja, natürlich. Bei Paintball bist du ja gleich beim ersten Treffer raus. Hier kannst du ein höheres Risiko gehen, auch mal nach vorne stürmen, ein, zwei Treffer kassieren, aber eine gute Deckung erreichen und hast immer noch genug Lebenspunkte, um den Gegner zu schaden. Dadurch ist es ein bisschen schneller? Also bist du vorsichtiger quasi bei Paintball eher? Bei Paintball bist du vorsichtiger. Du arbeitest dich die Zonen durch, also das auf jeden Fall. Und hier ist es eher schneller, weil man hat ja auch eh viele Leben und läuft und läuft. Man sieht ja schon. Hier ist halt die körperliche Anstrengung größer, beim Paintball hast du mehr Adrenalinschübe in dem Moment, weil jeden Moment kann dieser Treffer kommen und dann ist es vorbei. Alles klar. Ja, dann danke für diese wunderschönen Insights von jemandem, der ja beides spielt. Ja. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück an Team Ostwestfalen. Wunderbar. Euch noch viel Erfolg. Alles klar. Ja, das war der OTEC von Laser Game Bielefeld. Wir werden aber gleich erstmal weitermachen mit Bonn, mit Airsoft Bonn. So, ich rutsche mal wieder lieber zu den hübschen Mädels hinter mir. Ja, das passt. Leider nicht ganz real, aber als Gamer kennt man das ja. Ja, wir haben ja Pomo-Girls dafür hier, die dann heute Abend auch noch gleich ordentlich einheizen werden und an der Bar alles bedienen werden, damit hier auch ordentlich der Eingau fließt. auch so ein Bunny-Kostüm und mit einer Knarre rum. Durchaus, warum nicht? Warum nicht? Sollten wir mal den Vorschlag machen. Ostern kommt dieses Jahr ein bisschen anders. Was ist das? Okay.